Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben im letzten Part Evalius tot gesehen, kann man das so sagen, mehr oder weniger gesehen, ja, wir haben davon erfahren. Er wurde einfach umgebracht. Kann man machen. Aber jetzt haben wir so einen kleinen Aufstand, provoziert sag ich mal, dass die Bauern sich nicht ganz runterkriegen lassen. War schon eine gute Tat. Ich würde sagen, wir fangen wirklich jetzt hier an, gehen nach Italien und dann gehen wir hier Richtung Asien. Kann man theoretisch Asien anfangen? Oder? Egal. Wir machen das. Äh, Alaric. Die Schlacht am, äh, was, Frigidus. Okay. Jede Nacht ereilen mich dieselben zwei Visionen. Eine von einem Feld voll Weizen, der im Winde wogt. Und eine von hell lodernden Flammen, donnernden Hufen und lauten Schrei. Mein Volk, die Westgoten, kamen nicht als Invasionsarmee in römische Lande, sondern als Volk auf der Flucht vor einer Plage. Nein, einer Geißel Gottes. Wir warnten die Römer vor der drohenden Gefahr. Doch sie hörten nicht. Sie verachteten und misstrauten uns. Sie behandelten uns schlecht, gaben uns karges Land und als wir Hunger litten, zwangen sie uns, unsere Kinder für Essen zu verkaufen. So mussten wir in den Krieg ziehen. Und unsere mächtige Armee versetzte den Römern bei Adrianopel einen entscheidenden Schlag. Wir töteten ihren Kaiser und zwangen sie, unser Volk auf römischem Gebiet siegen zu lassen. Unser Sieg lehrte die Römer, die gotischen Krieger nicht zu unterschätzen. Im Austausch für das Land, das sie uns gaben, dienten unsere jungen Männer im römischen Heer an der Seite unserer einstigen Feinde. Als es zwischen der östlichen und westlichen Hälfte des Reiches zum Krieg kam, griffen wir zum Speer und dienten Rom in der Schlacht. Auf wem genau sind wir jetzt geflohen? Oder habe ich das gerade nicht mitgekriegt? Hm. Ah, Geißel Gottes. Verändern Sie, dass die Armee des Oströmischen Reichs, Violett, umzingelt wird. Okay. Besiegen Sie das Oströmische Reich, Blau. Ähm. Der römische General Stilico erbindet unsere Präsenz auf dem Schlachtfeld. Wir sollen euch beschützen. So, Nahrung, Holz. Wir werden wahrscheinlich weniger angegriffen, schätze ich jetzt einfach mal. So, ihr arbeitet. Ihr arbeitet. Okay, und euch? Kann ich nicht. Okay, wir müssen einfach nur unterstützen. Und Ausfälle wagen wahrscheinlich. Oh Gott, was tun sie? Verbündet? Das ist gut. Aha, aha, aha. Okay, wir müssen also alles gegen Blau einfach nur verteidigen. Ähm, gehen wir da hin. So, und der Rest geht einfach pauschal irgendwo da hinten ackern. Ackern. Ja. 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 Ich kann ja immer noch nicht abfahren. Also, passt das schon. Ja. Ja. Schäfchen. Ja. 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 Achso, was hat der? Mhm. Ein bisschen Gold. Ja. Ja, Räte. Ja. 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 Das ist mal Gold. So. Und mehr Holz. Ich kann eigentlich Bogenschützen herstellen. Warum eigentlich nicht? So. So, schon mal drei Bogenschützen da rein. Damit sich die Türme schon besser verteidigen können. Da sind noch ein paar Schafe. Schafe möchte ich haben. So, auf jeden Fall in die beiden Türme. Hier hinten auch nochmal welche rein. Vielleicht brauche ich auch einfach nur mal noch eine Burg hier hin. Wenn ich denn, äh, Steine hab. Ich hab Steine. Aber. Ah, ich kann dieses kleine Ding nicht bauen. Schade. Ach stimmt, das ist ja jetzt auch eine ganz andere Fraktion, ne? Hm. Okay. Hat sich das gerade wieder erledigt? Dann brauchst du hier nochmal... ...Holz. Komm noch mal her. Ich brauch mehr Nahrung. Wo wäre er? Aber was lässt die fränkischen Soldaten für sich kämpfen? Nehmt euch ihre an! Westen römische Soldaten nähern sich von Süden her! Von Süden? Ah. Ich bin doch noch gar nicht so schnell hier mit aufbauen. Können wir überhaupt da rausschießen? Ähm, schießt. Sie schießen nicht. Ernsthaft? Das ist ja dumm. Kitet sie. Irgendwie. Okay, dann hat sich das mit dem Typen schon mal erledigt. Ich stelle ihn einfach da rein. Ich kann trotzdem schon mal ein paar produzieren. Wenn ich Gold hätte. Ah, shit, 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 shit. Ich habe einfach zu wenig Rohstoffe. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem hier. Zu wenige Rohstoffe. Hab ich gesagt, die sollen da oben gehen? Doch, habe ich. Aber der letzte Jahr produziert wurde. So. Was ist das denn? Nahrung. Ich brauche noch mal irgendwie mehr Felder. Da kann ich auch noch ein paar Felder hinbauen. Das passt schon. So. Hier noch ein Feld. Was wollte ich jetzt gerade forschen? Ja, genau. Das hier. Zack. So, dann habe ich beim Dorfzentrum schon mal ein paar aufgebaut. Hier werde ich noch ein paar aufbauen. So, wir hoffen, dass wir das irgendwie verteidigt kriegen. Das wäre natürlich hier eine Burk entpflanzen, aber... Moment. Kann ich? Kann ich, ja. So, und das kann ich doch bestimmt von da nach gehen. Ich habe kein Handelsteil. Oh, shit. Keiner kann irgendwie handeln. Soll ich richtig schön für Kohle abgreifen können. Ja, ich bin dabei. Sogar mich nicht angreift, das ist alles in Ordnung. So. Und das da hin. Ich muss Steine kaufen. Wie viel Steine kostet mich das denn? Ja, das ist toll. So. So, du gehst mal da hin. Wir brauchen... ...Binfo. 650 war das eigentlich. Ich weiß noch nicht, wie das bei dieser Fraktion ist. Ja, 650. Steine. Einkaufen. Ja, das war... Ja, das war... Ich soll das anschalten. Ja, so zack, zack. So, dann kannst du... ...dich da hin stellen. Kannst du mich da und da hinschießen. Ich glaube, das ist ganz nice. So, jetzt brauche ich noch Gold. Um ein paar Bogenschüssen auszubilden. Aber ich glaube, die Taktik ist ganz gut. Was ist so, wenn man scheitert, dass nicht besiegt werden? Werdet ihr schon nicht? Das war's unser. So, hier läuft mal da. Heilt ihr euch eigentlich, wenn ihr da drinnen seid? Das würde mir schon was bringen. So, dann... ...dahin. So, ihr beide... ...dahin. Und ihr könnt... Boah, keine Ahnung. Da, Holz. So. Ein bisschen Gold ausgeben. Soll wir eigentlich keine Probleme mehr haben. Ja, die Heim-Sektor ist gut. Er kommt. Mehr. Ich weiß gar nicht, warum er mir gut angreift. Soll ich doch einfach nur verteidigen, der Heini. Na ja, gut. Oh, shit. Oh, shit. West-römische Soldaten nähern sich von Lügen her. Sollen sie machen. Und da und da rüber. Ist mir egal. Gleich da rein. Auch nochmal. So, und der Rest geht rein. Perfekt. Oh, shit. Was ziehe ich jetzt erst? Ähm, ich bräuchte vielleicht... So, mit ihm weg. Da rein. Ich muss aber ein paar Steine kaufen. Nur für die Reparatur. Kann ich denn in die nächste Zeit? Nein. Nicht mehr das. Das ist schlecht. So, er hat leider keinen Marktplatz irgendwo. Das ist... Schlech. Schlech, schlecht, schlecht, schlecht. Kann ich denn irgendwas anderes tolles bauen? Ja, das ist toll. Äh, das da. Ich habe bestimmt ein, zwei Forschungen bei, die ich noch mitgebrochen kann. So. Alles nicht so prallig hier gerade. Also, solange wir nicht angriffen werden, ist mir der Rest egal. So, und die Blauen soll ich besiegen. Sollte eigentlich nicht allzu schwer werden, oder? Äh, Buscars können in Kasernen erschaffen werden. Das bringt mir eigentlich auch nicht viel. So, was haben wir, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Passt. So, und das hier muss ich auf jeden Fall noch machen. Und wir können ein bisschen effektiver werden. So, um Steine. Na, komm, ein bisschen Gold noch. Schon krass, dass er angreift, anstatt angegriffen zu werden. Ich hätte gedacht, es wird jetzt schwerer. Hey, ja. Flickmann. Flickmann. So. Nice. Hört das nochmal mit. Das können wir nicht. Und hier, das können wir auch nochmal machen. Weströmische Soldaten nähern sich von Süden her. Flickmann. Der Kaiser des Weströmischen Reiches ist ein Freund der Heiden. Wir sollten alle Reliquien für uns beiden Stürme, um zu zeigen, dass der christliche Gott auf unserer Seite steht. Okay. Wir sind also jetzt auch noch alle Reliquien klauen. Aber ich finde es auch schon mal. Von daher, nicht ganz so gut. So. Reliquien, wo sind die denn? 0 von 2. Sind die hier oder was? Ich weiß es nicht. Das ist die Burg. Da wird es bestimmt nicht sein. Da ist einer. Nicht mal irgendwie was. Hey, Sir. Oh. So. Da. Ups. Bereite. Uwere. Ups. Abbrauch. Hey, ja. Uwere. So, ist besser. Ja. Bereite. Rete. So, wir brauchen nochmal eine Kirche. Uwere. Dann ein Mönch. Armburgas greift uns, die Verbündeten an. Na? Ja gut, lass dich halt beschießen. Bist du mich auch vollkommen in Ordnung. Boah, sind die langsam. Soll ich auch noch drei, die nichts machen? Ja. Ach, schade. Komm da hin. Müssen wir reparieren. Ups. Oh, hab gleich gesehen. Ups. So, jetzt wird hier hacken. Wobei. Irgendwas brauchen wir. Das haben wir. Haben wir. Haben wir auch gebaut. Haben alles bis auf hier so eine Werft. Die brauchen wir auch eigentlich nicht. So, Reiter. Reiter haben wir nicht. Brauchen wir auch nochmal Reiter. Aber ihr könnt hacken. So, du gehst da rein. Die drei passen ein bisschen auf. Genau. Feindlich? Oh, Schweinerei. So, dann. So, ich hab leider kaum Rohstoffe, ne? Außer Holz und... Oh, da ist Gold. Ich hab nichts gesagt. So. Gold. So, du kannst mal eigentlich... Wo ist denn das? Dahingehend. So, wenn wir den haben, ich hoffe, der ist es da noch. Dann können wir ja nochmal gucken, wo die andere ist. So, ich hab' die Karte irgendwas. Nicht so wirklich, oder? Oh, das gehört mir wirklich schön an. Voll gut. So, ein Rieck. Wo ist die zweite? Die sind so unscheinlich. So, oh. Er bohrt auch schon ein bisschen. Erdnerhandels. Oh, nice. So, der macht ja nichts, aber hier, der. Ich brauch mal Karren. So, das Zeug mit dir. Sehr, sehr gut. Holzfädenlager. Oh, da fangen wir mal Gold weg. Irgendwann. So, er bringt das Holz weg. Und sammelt Gold. Das ist mein Freund, der hat grad schon... Er weiß schon wieder nicht, was er machen soll. Ja gut, wenn er das einreißen will, dann soll er das einreißen. So, das ist eigentlich keine Gefahr. Soll er doch. Ich seh's jedenfalls nicht, wo er das machen möchte. Naja. Ah, verschreckt Gebäude. In dem ist die Lebenspunktsgebäude. Plus 1, normaler Durchschlag. Bleiben am nahe Gebäude. Und zwar, okay. Oh, shit. Jetzt greift er mich an. Ähm, scheiße. Das hier ist zu weit entfernt. Ach, du Schande. Oh, jetzt greift er mich an. Damit hab ich ja gar nicht gerechnet jetzt. Äh? Da rieb ich. Da rieb ich's drin? Achso. Menschen. Stimmt, die schießen ja auch raus. Oh, das ist gar nicht gut. Ähm, darf man zurück an die Arbeit schicken. Und? Hä? Nicht alle? Okay. Hier. Okay. Du? Oh, warte. Hier. Brauchen wir einen neuen. Äh, auch nicht. Okay, dann. Oh, Mist. Darf ich mal achten sollen, dass er mich jetzt auch angewirft? So ein Sack. So, wo ist jetzt die zweite Reliquie? Ich weiß es nicht. Ja. So langsam? Okay. So, erstmal reparieren. Aber wir beenden hier den Part. Wir werden noch ein paar davon bauen. Und, äh, ja. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.